30 Minuten Vinyasa-Yoga-Stunde, aktiv zu neuer Energie- und Lebensfreude. Om Namah Shivaya, willkommen zu einer 30-minütigen Yoga-Stunde, bestehend aus Kapalabhati, 20 Minuten Sonnengrüße mit statisch gehaltenen Asanas dazwischen und Tiefenentspannung. Mein Name Sukadev, hier Svenja, beide von Yoga Vidya. Und du kannst dich schon mal hinsetzen für Anfangsmantra Om. Om 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 Kapalabhati, Schnellatmung. Einatmen, Bauch hinaus und beginnen. Unatmen Handzei, 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 vollständig ausatmen, sehr tief, vollständig einatmen, neues Licht, Kraft, Positivität, vollständig ausatmen, Lungen ganz leeren, Atme sanft ein, halte die Luft an, spüre Energie in dir pulsieren, spüre insbesondere die Energie nach oben steigen, dich leicht und weit machen, offen, lichtvoll. Noch eine Runde, atme vollständig aus, atme sehr tief ein, Bauch hinaus und Brust etwas hinaus, atme mit Ujjayi Atem aus, also sanft hörbaren K-Laut. Atme ein mit Ujjayi, beginne. Ach, 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 ach. vollständig ausgeatmet, Tief mit hörbarem Ujjayi-Atem einatmen, vollständig ausatmen, ganz entspannen, bequem einatmen, aufladen mit Energie, Luft anhalten, sanftes Mula-Bandha, Beckenbodenmuskeln leicht anspannen. Spüre die Energie nach oben strömen, Bauch pulsiert, Freude im Herzen, pulsierendes Prana in den Wangen, Augen, Stirn, Scheitel, weiter Leichtigkeit, Ausdehnung. Dann atme langsam aus. Jetzt stehe auf zum Sonnengruß. Einige Runden klassischer Sonnengruß zusammen mit diesem Ujjayi-Atem, laut oder sanft hörbarem Atem, in der Kehle erzeugt. Ausatmen, Hände vom Brustkorb zusammengeben. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne beugen, Hände neben die Füße. Einatmen, rechtes Bein zurück, Knie am Boden. Atem anhalten, beide Beine zurück. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Einatmen, zur Kobra gleiten. Ausatmen, ausatmen, zum Hund. Einatmen, rechten Fuß nach vorne. Ausatmen, beide Beine nach vorne. Einatmen, Arme hoch und zurück. Tief vollständig atmen. Ausatmen, Arme senken. Weiter ausatmen, Hände vom Brustkorb zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, linkes Bein zurück, Knie am Boden. Atem anhalten, beide Beine zurück. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Einatmen, zur Kobra. Ausatmen, ausatmen, zum Hund. Einatmen, linken Fuß nach vorne, rechtes Knie am Boden. Ausatmen, beide Beine. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, Arme senken. Noch tiefer atmen. Ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, hörbaren Ujjayi. Ausatmen, einatmen. Anhalten, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Spüre die Energie. Einatmen, rechten Fuß nach vorne. Ausatmen, beide. Einatmen, aufrichten und aufladen. Ausatmen, senken. Ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, öffnen, weit werden. Ausatmen, verneigen. Einatmen, zuversichtlich nach vorne schauen. Anhalten, stark. Ausatmen, gestützt von der Erde. Einatmen, Herz weit öffnen. Ausatmen, Selbstakzeptanz. Einatmen, Zuversicht nach vorne. Ausatmen, verneigen. Einatmen, freudevoll zum Himmel. Ausatmen, Gleichgewicht. Ausatmen, Herz spüren. Einatmen, Herz öffnen. Ausatmen, demütig verneigen. Einatmen, rechts. Einatmen, einatmen, zuversichtlich nach vorne. Anhalten, Stärke. Ausatmen, getragen von Mutter Erde. Einatmen, Freude und Liebe in der Cobra. Ausatmen, Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Einatmen, links und rechts nach vorne. Ausatmen, ausatmen. Ausatmen, beide. Einatmen, Freude und Herzensöffnung. Ausatmen, loslassen. Jetzt in die Asanas gehen mit dem Sonnengruß. Ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne beugen. Ausatmen, einatmen, rechtes Bein zurück. Atem, anhalten, beide. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn. Einatmen, zur Cobra. Ausatmen, zum Hund. Dann einatmen, bleiben. Ausatmen, Ellbogen auf dem Boden und Hände falten. Einatmen, Kopf auf den Boden. Und dann wandere mit den Füßen nach vorne. Und mit dem nächsten Einatmen, komme hoch zum Kopfstand. Sollte dir das schwerfallen, dann halte die Ellbogen am Boden, halte die Füße am Boden und bleibe so im halben Kopfstand. Im Kopfstand drücke die Ellbogen nach unten, atme ein paar Mal tief ein und aus. Asana heißt ruhig gehaltene Stellung. Nyasa heißt in die Stellung hineinkommen. Vinyasa ist eine spezielle Weise, in eine Stellung hineinzukommen. Und so verbinden wir Asana mit Vinyasa. Jetzt einatmen, die Beine nach hinten etwas geben und ausatmen, Füße auf den Boden, Vorbereitung zum Hund. Also nächste Ausatmung zum Hund, also Füße auf den Boden, dann Hände auf den Boden und einatmen, Arme ausstrecken. Und wieder ausatmen. Jetzt einatmen, rechten Fuß nach vorne, zwischen die Hände. Ausatmen, beide Füße nach vorne. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, Arme senken. Tief einatmen. Ausatmen, Hände zusammen, normale Sonnengebetsrunde. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, linkes Bein zurück. Atem, anhalten, beide. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Einatmen, zur Cobra. Ausatmen, zum Hund. Einatmen, linken Fuß nach vorne, zwischen die Hände. Ausatmen, beide Beine nach vorne. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, Arme senken. Ausatmen, Hände zusammen. Zum Schulterstand. Einatmen, Arme hoch und zurück. Lächeln. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, rechtes Bein zurück. Atem, anhalten, beide. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Einatmen, zur Cobra. Ausatmen, zum Hund. Jetzt zur kreuzbeinigen Stellung kommen. Einatmen. Ausatmen, auf den Rücken legen. Einmal tief einatmen, Ujjayi. Ausatmen und dann beim Einatmen in den Schulterstand kommen. Ausatmen, ausatmen, zum Flug. Einatmen, zum Schulterstand und etwas weiter nach hinten. Ausatmen, ausatmen, zum Schulterstand und Richtung Brücke, aber nur etwas. Und wieder ausatmen, zurück zum Flug. Einatmen, zum Schulterstand und jetzt den Schulterstand, einige Atemzüge lang halten. Tief durchatmen, tief durchatmen. Sanfter Ujjayi Atem, tief atmen. Einatmen, zum Bauch. Ausatmen, zur Kehle. Einatmen, zum Bauch. Ausatmen, zur Kehle. Jetzt beim Ausatmen, Beine zum Flug. Hände auf den Boden. Und dann einatmen, Beine etwas heben. Ausatmen, zum Liegen kommen. Und mit der nächsten Einatmung weiter zum Fisch. Ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Vollständig einatmen, vollständig ausatmen. Beim nächsten Einatmen, den Kopf heben. Ausatmen, Brustkorb senken. Einatmen, aufrichten zum Sitzen. Ausatmen, ausatmen, kreuzbeinig. Einatmen, Hände auf den Boden. Und ausatmen, zum Hund kommen. Einatmen, rechten Fuß nach vorne, zwischen die Hände. Ausatmen, beide Beine nach vorne. Einatmen, lächeln und Ujjayi und Arme heben. Ausatmen, ausatmen, Arme senken. Einatmen, ausatmen, Hände vom Brustkorb zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne, Beine gut dehnen. Einatmen, linkes Bein zurück, Knie am Boden. Atem anhalten, beide Beine zurück. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Einatmen, einatmen, zur Kobra. Ausatmen, zum Hund. Einatmen, linken Fuß nach vorne. Ausatmen, beide Beine nach vorne. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, Arme senken zur Vorwärtsbeuge. Ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, rechtes Bein zurück. Atem anhalten, beide. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Einatmen, zur Kobra. Ausatmen, zum Hund. Einatmen, kreuzbeinig. Ausatmen, Beine ausstrecken. Einatmen, Arme hoch. Ausatmen, nach vorne beugen. Nochmals einatmen, aufrichten. Ausatmen, ausatmen, beugen. Einatmen, wieder hoch. Ausatmen, nach vorne beugen. Und in der Vorwärtsbeuge einige Atemzüge lang verharren. Tiefatmen, durch die Wärme, die du erzeugst, durch die Bewegungen zwischen den Stellungen, bist du flexibler. So kannst du leichter in die Stellung hineinkommen und dich leichter jetzt in der Stellung entspannen. Tiefatmen, zur Ruhe kommen. Pulsierendes Prana spüren. Einatmen, Arme heben. Ausatmen, Arme senken. Einatmen, Becken heben. Ausatmen, Becken wieder senken. Einatmen, Becken heben. Ausatmen, wieder senken. Einatmen, wieder hochkommen. Und jetzt die Stellung ein paar Atemzüge lang halten. Komme so hoch, wie du kannst. Gesäß anspannen, Rücken anspannen. Brustkab weit nach oben. Und jetzt atme so tief du kannst. Und übe dabei Ujjayatam. Energetisiere dich in der Stellung. Genieße diese Kraft, diese Power, die in dir pulsiert. Beim nächsten Ausatmen. Becken senken. Einatmen, Beine kreuzen. Ausatmen, Hände nach vorne. Einatmen, zum Hund. Ausatmen. Jetzt einatmen, rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Ausatmen, beide Beine. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, Arme senken. Tief einatmen, ausatmen. Hände vom Brustkorb zusammen. Einatmen, Arme hoch. Ujjayat zurück. Lächelnd, ausatmen, nach vorne kommen. Einatmen, linkes Bein zurück. Knie am Boden. Atem anhalten, beide. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn. Einatmen, zur Cobra. Ausatmen, zum Hund. Einatmen, linken Fuß nach vorne. Ausatmen, beide. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, Arme senken. Cobra. Ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, rechtes Bein zurück. Atem anhalten, beide. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn. Einatmen, zur Cobra, Brustkorb heben, Schultern zurück. Etwas Gewicht auf die Hände geben, soweit es für deinen unteren Rücken angenehm ist. Schulterbette nach hinten. Atme tief ein und aus. Einatmen, Bauch, Brust hinaus. Ausatmen, Energie zum Kopf. Einatmen, Bauch. Ausatmen zum Brust. Kehle, Stirn, Scheitel. Tiefe Atmen. Beim nächsten Einatmen noch etwas höher kommen. Beim Ausatmen drehe dich nach rechts. Gib die rechte Hand links neben den Oberschenkel, den linken Oberschenkel. Halte 1, 2 Atemzüge. Beim Einatmen Hand wieder zurück zur Mitte. Dann ausatmen, linke Hand heben. Ausatmen, linke Hand nach rechts und schaue nach rechts. Zwischenatmen. Beim Einatmen die Hand wieder zur Mitte. Ausatmen zum Hund. Einatmen, rechten Fuß nach vorne. Ausatmen, beide Füße nach vorne. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, Arme senken. Letzte Runde. Einatmen. Ausatmen, Hände zusammen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, linkes Bein zurück. Atem und halten beide. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Einatmen, einatmen zur Kobra. Ausatmen, zum Hund. Einatmen, linken Fuß nach vorne. Ausatmen, beide. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, Arme senken. Ausatmen, einatmen, einatmen und ausatmen. Setze dich auf den Boden und gleite zur tiefen Entspannungslage. Einatmen, Beine und Arme heben und anspannen. Feste Fäuste machen. Locker lassen. Einatmen, Bauch anspannen, Gesicht anspannen. Locker lassen. Vergewissere dich, dass du gut liegst. Beine etwas auseinander. Arme vom Körper weg, Schultern weg von den Ohren. Spüre die Füße. Und spüre weiter und sage dir innerlich. Ich entspanne Füße und Beine. Ich entspanne Hände und Arme. Ich entspanne Bauch und Brust. Ich entspanne Kiefergelenke und Augen. Ich bin vollständig entspannt. Ich bin vollständig entspannt. Fühle dich getragen von der Erde, inspiriert vom Himmel, weit und leicht, entspannte Stille. Du bist ja. Ich bin vollständig entspannt. Ich muss ganz gut �ME, oldsie Töne und Abwechslung ausbauen. Fühle dich. Wierocketst du? Du bist das me로 öолggen. Und authentic? Du stehst gut... Da drie willst du? Du bist eine выполst Summit. Vielen Dank. Vertiefe wieder den Atem, sage dir innerlich, ich bin voller Kraft und Energie, mir geht es gut, ich freue mich auf den weiteren Tag. Bewege die Finger, bewege die Zehen, strecke die Arme nach oben oder nach hinten aus, dehne, strecke, regele dich und setze dich auf. Zum Abschließen der Yogastunde singen wir dreimal OM und spüren den Klang dieser machtvollen Schwingung. OM 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 Sarvesham Swasti Bhavatu Wohlergehen sei mit allen. OM Shanti 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 Friede sei mit allen. Bodo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai Erbetung allen. Das war eine 30-minütige Vinyasa-Yoga-Stunde im Yoga-Vidya-Stil, Schwerpunkt, Surya Namaskar, Sonnengröße. Wenn es dir gefallen hat, dann schnell Daumen hoch, schreib einen Kommentar, wenn es dir nicht gefallen hat, schnell Daumen runter, schreib auch einen Kommentar, teile es mit anderen und sprich darüber. Und wenn es dir gefallen hat, es gibt auch 60-minütige Vinyasa-Yoga-Stunde, abonniere diesen Kanal und schaue immer mal wieder vorbei. Mein Name, Sukadev, danke für Svenja, für das Vormachen der Übungen, danke fürs Mitmachen, alles Gute, OM Shanti.